Hier ist die CW-Schule Graz mit einem Lernvideo für Telegrafieanfänger mit dem Morserino 32. Übungsplan Programmieren. Lade zu Beginn den Übungsplan für den Morserino 32 mit den nötigen Einstellungen von der Webseite www.oe6oevsv.at und programmiere den Morserino 32 laut Videoanleitung. Start by downloading the exercise plan for the Morserino 32 with the necessary settings from the website www.oe6oevsv.at and program the Morserino 32 according to the video instructions. Wir sind auf der OSCE ECHO 6 Webseite. Wir sind auf der OSCE ECHO 6 Webpage. CW-Schule Graz, CW-Schule Graz. Unterlagen, Dokuments. Übungsplan auf Deutsch. Wir beginnen nun den Übungsplan im Morserino 32 abzuspeichern. Lektion einstellen. Wir schalten den Morserino ein. Wir drücken einmal lang den schwarzen Knopf. Wir drehen jetzt mit dem schwarzen Knopf auf Koch-Trainer. Turn the black knob until you reach Koch-Trainer. Wir sind Koch-Trainer. Und drücken die schwarze Taste. And then a short click on the black button. Select lesson. And go to select lesson. Jetzt gehen wir ins tiefe Menü. Doppelklick. Ich gehe jetzt nur auf die wichtigsten Einstellungen ein und werde ganz langsam weiter drehen. So we're going to look at the most important settings and turn slowly through the rest of them. Tone-Pitch würde ich ca. 600 Hertz nehmen. It's best to set the tone-pitch to around 600 Hertz. Ich drehe weiter. Polarität vom Paddle. The Paddle Polarity. Die meisten Leute verwenden Zeigefinger für den langen Ton. Most people use their index finger for the long tone, the da's. Und kurzer Ton mit dem Daumen. And most people use their thumb for the short tone or the dits. Ich drehe wieder langsam weiter. Die Latenzzeit bitte auf 6 Achtel einstellen. Set the latency to 6 Achtel of a dits. Ich drehe weiter. Ganz wichtig ist, Jampic B einstellen. It's important to set the Iamic Mode to Iamic Mode B. Denn die meisten Transceiver können nur Jampic B und man kann es auch nicht abschalten. Many Transceivers are only capable of transmitting in Iamic Mode B and it's not possible to change it. Ich drehe wieder langsam weiter. Ich bin bei Interword Space. When you get to Interword Space, Short Click. Wir stellen hier 7 ein. Kurz schwarze Taste drücken. Ich drehe weiter. Inter-Character Space. Kurz schwarze Taste drücken und auf 3. Dann wieder rausgehen, kurz schwarze Taste drücken. Ich drehe wieder weiter. Random Groups of all Characters. Make sure Random Groups is set to all Characters. Ich drehe wieder weiter. Hier können wir auf Unlimitiert einstellen. You can set the maximum number of words to Unlimited. Ich muss anders drehen. You actually have to turn down rather than up. Wieder kurz schwarz drücken. Short click to come out of here. Und wir drehen weiter. 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 Mit dem Morzorino kann man auch mit dem JustLearn Morse Code zusammenarbeiten. It's possible to use the Morzorino 32 in conjunction with the JustLearn Morse Code learning program. Oder mit LCWO. Or with LCWO. Timeout. Set timeout to no timeout. Ich würde no timeout einstellen. So geht er nicht auf stand by. That way the Morse Rino 32 won't switch automatically to stand by. So vergisst man dann nicht den Morse Rino abzuschalten und die Batterie entleert sich sonst. Yeah. If it does switch to stand by, it's possible that you may forget to switch it off. And that could potentially empty the battery and damage it. Jetzt haben wir alle Einstellungen. So that's all the settings. Wir drücken lang die rote Taste. We make a long press on the red key. Drehen am schwarzen Knopf auf Snapshot 2. And select Snapshot 2 with the black knob. Kurz schwarze Taste drücken. A short click with the black knob and it's saved. Und ist gespeichert. Es geht weiter mit Punkt 1. Hören, Rhythmus nachsingen. Ich schalte den Morse Rino ein. Jetzt beginnt das Menü wieder von vorne. Ich drücke lang den schwarzen Knopf. Und dann noch einmal. Und noch einen Short Click. Wir brauchen Koch Trainer. Wir kommen zu Koch Trainer. Haben wir. Einmal drücken, schwarzen Knopf. Short click on the black knob. CW Generator. Select CW Generator. Schwarzen Knopf drücken. Random. Short click and select Random. Jetzt gehen wir ins Diffen Menü. Now we go into the deep menu with a double click. Double click. Wir brauchen jetzt die Wortabstände. Now we need the into word space. Das drehen wir auf 30. We're going to set that to 30. Kurz schwarzen Knopf drücken. Short click to come out of the setting. So steigen wir aus. So steigen wir aus. Ich drehe weiter auf Character Space. Select into Character Space. Das drehen wir auf 3. Set that to 3. Kurz schwarzen Knopf drücken. A short click to come out. Random Groups or Character. Select Random Groups and make sure it's on all characters. Ich drehe weiter. Length Random Groups of 1. The length of the random group should be to 1 letter. Jetzt kommt noch die Wortanzahl. And now we come to the maximum number of words. Kurz schwarzen Knopf drücken. Short click. Auf 20. Make sure that's set to 20. Wieder aussteigen. Kurz schwarzen Knopf drücken. Come out of the menu with a short click. Wir haben jetzt alle Einstellungen. That's all the settings. Zum Abspeichern den roten Knopf lange drücken. To save them. A long press on the red button. Snapshot 1. And select snapshot 1. Kurz schwarzen Knopf drücken. And a short click on the black knob. Und die ist gespeichert. And they're saved. Punkt 2. Hören sprechen. Das sind die gleichen Einstellungen wie bei Punkt 1. Wir kommen jetzt zu Punkt 3. Hören geben. Number 2. Listening. Speak the letters back. Uses the same settings as in Step 1. So now we're going to look at number 3. Listening. Sending. Den Maserino ausschalten. Turn the Maserino off. Dann wieder einschalten. And then on again. Und jetzt beginnt das Menü wieder von vorne. And the brand new is reset again. Wir drücken einmal lange die schwarze Taste. One long click on the black knob. Wir suchen Koch Trainer. And we turn until we get to Koch Trainer. Einmal schwarze Taste drücken. Short click on the black knob. Echo Trainer. And select Echo Trainer. Schwarze Taste. Short click on the black knob. And random. And make sure you're at random. Doppel click. Wir gehen ins tiefe Menü. Go into the deeper menu with a double click. Wir brauchen inter-word space. And we turn until we get to inter-word space. Das drehen wir auf 7. And we're going to set this to 7. Character space. Select character space. Hier nehmen wir 3. And select 3. Wieder ausstellen. Weiter drin. Random groups all characters. Set random groups to all characters. Wir drehen weiter. Lens random auf 1. Set the length of the random groups to 1. Und hier wieder auf 20 Wörter maximal. So the maximum number of words should again be set to 10. 20. Wir haben alle Einstellungen. That's all the settings. Wir drücken lang den roten Knopf. Again, long click on the red button. Ich drehe auf Snapshot 3. And turn until you get to Snapshot 3. Kurz schwarze Taste drücken. A short click. Und ist gespeichert. And it's stored. Es geht weiter mit Punkt 4. Hören, schreiben. Next we're going to look at number 4. Listening, writing and typing. Das Gerät abschalten. Turn the Masorino off. Und dann wieder einschalten. And then turn it back on. Nun startet das Menü wieder vom Anfang. In order to reset the Menü. Einmal drücken. Sind jetzt bei Echo-Trainer. Wir brauchen aber Koch-Trainer. Weiter drehen. Einmal drücken. Short click on Koch-Trainer. Weiter drehen bis CW-Generator. Und turn until you reach CW-Generator. Einmal schwarzen Knopf drücken. And random. Short click and go to random. Doppel click. Wir gehen ins tiefe Menü. Go into the deeper menu with a double click. In the Word Space. Und turn until you get to into Word Space. Das drehen wir auf 45. And we're going to set that to 45. Wieder schwarze Taste drücken. Short click to come out of the menu. Character Space 15. Set the Inter-Character Space to 15. Schwarze Taste wieder aussteigen. Come out of that setting. Wir drehen weiter. Random Groups All Characters. Set Random Groups to All Characters. Nun Length of Random Groups. Set the Length of the Random Groups. Kurz schwarze Taste drücken. With a short click. Und wir drehen hier 2 bis 5. And select 2 to 5. Kurz schwarze Taste drücken. Short click to come out of the setting. Wir drehen weiter auf die Wortanzahl. The maximum number of words select 15. Auf 15. Und das sind circa 2 Minuten dann. That will be about 2 minutes. Wir haben alle Einstellungen. That's all the settings. Lange den roten Knopf drücken. A long click on the red button. Snapshot 4. 4. And select snapshot 4. Kurz schwarzen Knopf drücken. And a short click to store it. Und fertig. Punkt 5. Jetzt speichern wir den Keyer ab. Next we look at number 5 and the settings for the CW Kia. Wir schalten das Gerät wieder ein. Turn the Mozzarino off and on again. Jetzt brauchen wir den CW Kia. And now we need to go to the CW Kia. Wir drücken einmal lang den schwarzen Knopf. A long click on the black knob. Jetzt drehen wir weiter bis der CW Kia kommt. And we're going to turn until we reach CW Kia. CW Kia ist hier. Here we find the setting. Doppelklick. Double click. Lang roten Knopf drücken. A long click on the red knob. Und das kommt auf Snapshot 5. And go to snapshot 5. Kurz schwarzen Knopf drücken. And a short click to store it. Und Kia ist gespeichert. Zu guter Letzt Punkt 6. Abkürzungen hören und mit dem Paddle geben. Finally we come to number 6. Listening to the abbreviations and then sending with the Paddle. Wir schalten das Gerät wieder ein. We turn the Mozzarino off and on again. Das Menü beginnt wieder von vorne. That resets the menu. Wir brauchen jetzt den Koch Trainer. Wir drehen am schwarzen Knopf. We need to go to the Koch Trainer. Einmal drücken. So short click on the black knob. Wir brauchen Echo Trainer. And turn until you get to Echo Trainer. Wieder schwarzen Knopf drücken. Again a short click on the black knob. Und CW Abkürzungen. And go to CW Abbreviations. Doppelklick schwarzen Knopf. Double click to get to the deep menu. Wir brauchen jetzt den Wortabstand. Now we need the Interword Space. Interword Space auf 7. Set the Interword Space to 7. Wieder schwarzen Knopf drücken. Steigen dann aus. Short click to come out of the setting. Buchstaben Pause. Then go to Inter-Character Space. Das drehen wir auf 15. Turn that to 15. Wieder schwarzen Knopf drücken. Short click to come out. Wir drehen weiter. Random groups all characters. Das passt. Set random groups to all characters. Wir drehen weiter. Jetzt brauchen wir die Länge von den Abkürzungen. Now we need the length of the abbreviations. Und hier stellen wir auf maximal zwei Buchstaben. We're going to set this to a maximum of two. Kurz schwarzen Knopf drücken. Steigen wieder aus. Short click to come out. Jetzt brauchen wir noch die Wortanzahl. Now we need the maximum number of words. Schwarzen Knopf drücken. Again, short click on the knob. 20 Wörter. Passt. Set it to 20. Wir steigen wieder aus. Short click to come out of this setting. Wir haben jetzt alle Abspeichungen. That's all the settings set. Wir drücken lang den roten Knopf. Long click on the red button. Und auf Snapshot 6. Kurz schwarzen Knopf drücken. Und a short click to store it. Und nun haben wir alle Abspeicherungen abgeschlossen. Und that's all the snapshots saved. Ich zeige euch jetzt, wie man die Snapshots abruft. Now in order to recall one of the snapshots. Wir schalten den Maserino ein. We turn the Maserino on. Schwarzer Knopf. Doppelklick. Double click on the black knob. Das war kein Doppelklick. Einmal lang aussteigen. Doppelklick. Ganz schnell. Okay. Make sure to double click quickly. Kurz roten Knopf drücken. A short click on the red button. Und jetzt wähle ich zum Beispiel Nummer 4 aus. And now we can select our snapshot. In this case we're going to select snapshot 4. Kurz schwarzen Knopf drücken. Short click on the black knob. Und die Einstellung ist hier. Und all our settings are automatically recalled. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay tuned for the next video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.